Weihnachten steht vor der Tour und am Ende des Jahres wollen wir als FCG uns Zeit nehmen, zusammen über 2019 nachzudenken, Gott mit Gesang und Gebet zu loben und auch zusammen uns über 2020 zu freuen. Deswegen nächste Woche Donnerstag an Dezember 12. um 19.30 Uhr gibt es einen FCG Plus Gebetsabend. Das wird wirklich eine spezielle Zeit sein, wo all unsere Mitglieder, wo alle unsere Gottesdienste zusammenkommen für eine interaktive Gebetszeit beim Kerzenschein, wo wir zusammen Gottes Gegenwart suchen werden. Deswegen laden wir alle Mitglieder und auch alle Hauskreise ein, statt ihre normale wochentliche Treffen bei unserem FCG Plus Gebetsabend mitzumachen. So, das ist nächste Woche Donnerstag am Dezember 12. um 19.30 Uhr. Kommt und bringt eure große Erwartungen mit. Das ist gut, das ist gut. All right, jetzt sind wir fertig.